Es ist die Liebe zum Detail, die uns verbindet und jeden Tag antreibt. Die Modelleisenbahn begleitet uns nun schon seit vielen Jahrzehnten in allen Formen und Facetten. Und inzwischen werden die Modelle der Marken Roco und Fleischmann in mehr als 45 Länder exportiert. Im Headquarter der Modelleisenbahn GmbH mit Sitz in Bergheim bei Salzburg werden verschiedenste Aufgabenbereiche vereint. Vom Produktmanagement, Produktentwicklung über die Konstruktion bis hin zum Marketing, dem Vertrieb, der IT, dem Finanzbereich und dem Customer Service. Hier arbeiten alle Hand in Hand und die Vielfalt der hier verorteten Tätigkeiten ist der Ursprung für ein mehr als spannendes Arbeitsumfeld. Geprägt durch Qualität und technische Innovation. Die Umsetzung dieser technischen Innovationen findet in den Produktionswerken der Modelleisenbahn GmbH statt. Hier sind Technik und Leidenschaft die beiden Motoren, die die Mitarbeiter in der Fertigung vorantreiben. Am niederösterreichischen Werk in Glocknitz werden verschiedenste technische Aufgabenbereiche mit viel Freude an der Arbeit vereint. Werkzeugbau, Artikelkonstruktion und Spritzguss – das sind die Steckenpferde dieses Standorts. Im sogenannten Technikum sind von der Artikel- und Werkzeugkonstruktion, dem Formen- und Vorrichtungsbau sowie dem Spritzguss alle technischen Fachabteilungen vertreten. In der hauseigenen Produktion werden die Werkzeuge und Formen für Roko- und Fleischmann-Neuheiten erstmalig in Serie produziert. Mit viel Liebe zum Detail und jahrzehntelanger Erfahrung werden die Teile gefertigt und hinsichtlich den hohen Qualitätsstandards geprüft. Im rumänischen Arad befindet sich die Modelleisenbahn SRL, wo Modelle lackiert, bedruckt und montiert werden. Unterschiedlichste Abteilungen sorgen dafür, dass die Modelle von Roko und Fleischmann vorbereitet, zusammengefügt und an den Handel geliefert werden. Die Vormontage, Oberflächenbearbeitung, Endmontage von Lokomotiven sowie Wagen, die Montage von Zubehör, Steuerungen und Pantografen, die Logistik sowie die Qualitätssicherung. Seit Beginn unserer Unternehmensgeschichte arbeiten wir täglich daran, unsere Modelle in den Spuren H0, N und TT noch detailreicher und originalgetreuer umzusetzen. Das Streben nach Perfektion im Kleinen wie im Großen treibt uns an. Mit großer Leidenschaft, viel Know-how und vor allem auch mit Spaß an der Arbeit möchten wir unsere Kunden glücklich machen. Willst auch du Teil der Modelleisenbahn GmbH werden? Dann spring auf den Zug auf. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Teams wirst. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Teams wirst.